Stuart Granger war ein britisch-US-amerikanischer Schauspieler. In den 1950er Jahren war er ein gefragter Darsteller in Hollywood. Eine seiner bekanntesten Rollen im deutschsprachigen Raum war die des Old Sure Hand in verschiedenen Carl May Filmen. Leben privates Abstammung Er wurde als James Laplache Stuart in der Old Brompton Road, Kensington, West London, geboren und war der einzige Sohn von Major James Stuart, OBE und seiner Frau Frederica Eliza. Granger wurde am Epsom College und der Weber-Douglas Academy of Dramatic Art ausgebildet. Er war der Uru-Renkel des Opernsängers Luigi Laplache und der Enkel des Schauspielers Luigi Laplache. Ehepartner und Kinder Er war dreimal verheiratet. 1. Elspeth March, zwei Kinder, Jamie und Lindsay 2. Jean Simmons, eine Tochter, Tracy 3. Caroline Lesserf, eine Tochter, Samantha. Alle Ehen wurden geschieden. Anfänger als Schauspieler James Laplache Stuart begann seine Filmkarriere während des Medizinstudiums 1933 als Statist. Ihm wurde geraten, seinen Namen zu ändern, um nicht mit dem amerikanischen Schauspieler James Stuart verwechselt zu werden. Granger war der Mädchenname seiner schottischen Großmutter. Offscreen-Freunde und Kollegen nannten ihn Jimmy für den Rest seines Lebens, aber für die Öffentlichkeit wurde er Stuart Granger. Nach einigen Erfolgen auf der Bühne und im Tourneetheater stieg er 1943 an der Seite von James Mason, Margaret Lockwood und Phyllis Calvert dank des überwältigenden finanziellen Erfolgs von The Man in Grey zu einem der beliebtesten romantischen Helden der Dekade auf. The Man in Grey zeigte James Mason als verkommenen Adligen, der seine Geliebte mit einer Reitpeitsche zu Tode schlägt, nachdem er sie verführt und moralisch verdorben hatte. Granger drehte danach an der Seite von Phyllis Calvert etliche erfolgreiche Kostümdramen, so Funny by Guestlight von 1944 und Madonna of the Seven Moons von 1945 den bis dahin größten finanziellen Erfolg aller britischen Filme. Granger wurde auch gelegentlich in Biografien eingesetzt, so als Paganini in The Magic Bow und als adliger Abenteurer Königsmark in dem verklärenden Liebesdrama Saraband for Dead Lovers. Hollywood im Jahr 1949 ging er mit seiner zweiten Ehefrau Jean Simmons mit einem Vertrag bei MGM nach Hollywood, wo er rasch zu einem beliebten Darsteller in Abenteuer und sogenannten Mantel- und Degenfilmen aufstieg, so 1951 in Begegnung in Tunis mit George Sanders und der jungen Pierre Angeli, an der Seite von Deborah Kerr in dem Film König Salomons Diamanten, in Skerremuche, der galante Marquis, im Schatten der Krone, die Thronfolgerin und in Bob Rommel, der ihn neben Elisabeth Taylor zeigte. Unter der Regie von Fritz Lang war er 1955 in dem prächtig ausgestatteten Abenteuerfilm Das Schloss im Schatten erneut, wie schon in Skerremuche, allerdings in einem ganz anders gestalteten Sujet des 18. Jahrhunderts zu sehen. Zu weiteren bekannten Werken gehört der Western Die Letzte Jagd, der ihn an der Seite von Robert Taylor als Bisonjäger zeigt, und die beschwingte Westernkomödie Land der Tausend Abenteuer. Comeback und Tod Granger versuchte, wie viele ehemalige Altstars nach ihm, ab Anfang der 1960er-Jahre war ein Comeback im Filmgeschäft in Europa. Eine Steigerung seines Bekanntheitsgrades erlangte er in Deutschland durch Hauptrollen in Filmen der Winnetou-Reihe, in denen er den Old Sure Hand in Untergayern, Der Ölprinz und Old Sure Hand spielte. Außerdem spielte er den Superintendent Coopersmith in dem Edgar-Wallace-Film Das Geheimnis der Weißen Nonne. Zwischen 1970 und 1989 war Granger überwiegend in Fernsehserien beschäftigt, so 1970-71 in der Serie Die Leute von der Shiloh Ranch. Kurz nach dem Kinofilm Die Wildgänse kommen, der noch einmal eine große Zahl an mitwirkenden Stars aufbot, darunter Richard Burton, Hardy Krüger und Roger Moore, beendete er seine Kinolaufbahn. Wie zwei Auszeichnungen mit dem Bambi zeigen, war Granger in Deutschland allerdings bereits seit Beginn der 1950er Jahre als populärer «Star» fest etabliert. Granger galt unter seinen Schauspielkollegen als schwieriger Charakter, er wurde oftmals als schwer umgänglicher Mensch beschrieben. Seinen letzten Auftritt im deutschen Fernsehen hatte er 1987 in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs. Im Jahr 1956 wurde Granger Staatsbürger der Vereinigten Staaten. Stuart Granger starb am 16. August 1993 in Santa Monica, Kalifornien, im Alter von 80 Jahren an Prostatakrebs. Auszeichnungen 1949, Ehrung mit dem Bambi 1950, Ehrung mit dem Bambi 1956, Ehrung mit dem David Dei Donatello für Zwischen Hass und Liebe.